Wieso redest du eigentlich so viel? Du weißt ganz genau, dass ich der bessere Chip bin. Okay, von Arroganz nicht zu übertreffen, aber wir bleiben mal bei den Tatsachen, die da wären. Tomate Basilikum. Bin frisch und würzig zugleich. Im Abgang habe ich eine leichte Note von... Ey, ich hole uns mal was zu snacken, ja? Ja, mach das. Kicker, dein Ernst, was laberst du? Trüffel Meersalz. Ich bin edel und ich bin... Edel auf Wish bestellt vielleicht. Pssst, da kommt jemand... Guck mal, ich habe hier noch Tomate Basilikum, sonst müsste ich... Yes, jawohl. Ah, nice. Ey, ich hoffe so sehr, dass die den Chips Cup gewinnen. Ja, Mann, das ist einfach die viel bessere Sorte. Die Leute sollten jetzt einfach unbedingt auf die Socials von Funny Frisch gehen und dort für die Sorte abstimmen, damit die endlich in den Handel kommt.